Musik 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 Talentia! Entertainment! Von negen tot tien! Nie wiederum! Wir werden beim Popster! Wir werden mit Popcorn und Nachos! Ich speel drum! Ich speel drum! Ich bin! Ich bin da! Das ist das Angst, was ich an dem Museum. Talentia! Ich speel drum! Ich speel drum! Ich speel drum! Das ist gelast! Ich mache koffie! Oh, schoen! Ich bin da! 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 Oh, Tof, ein Talentenjacht! Arzt von Arzt School! Wir müssen mit ihm gehen. Ich bin da! Wahrscheinlich kann ich es auch machen! Ich bin da! Ich bin da! Wohl! Okay, die nächste Woche dann. Oh nein, es ist bereits zwölf Uhr. Ich muss nach Hause. Lang, lang. Das ist gut, ja. Danke. Das ist perfekt. Willst du es zusammen machen, oder? Ja, ich muss nach Hause kommen. Ich bedoel, ein baldere Boetje. Ja. Ich hab's an ein baldigen. Ja. Ich muss mal ab. Ja, komm. Kijk auf die Hex, die mich gut gemacht hat. Entschuldigung Hex, habt ihr die Hex die mich gut gemacht hat? Ja. Allee, merci. Fantastisch. Hey, du musst noch doodvallen, he. Ja. Willst du vielleicht ein Appel? Appel. Nee, das ist doch gar nicht. Ein Peter. Ja. Schauen wir mal, ja? Ja. Ja. Ah, das ist ja nicht so lange. Achso? 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 Achso ist perfekt. Perfekten? Perfekten? Es sieht perfekt aus, oder? Ja. Achso. Ich bin ein Appel. Ich bin ein Appel. Achso? Ich bin ein Appel. Ich bin ein Appel. Ich bin ein Appel. 3, 2, 1 Bruder Jakob, Bruder Jakob Schlaupt genoeg, schlaupt genoeg Bim-bom-bom 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 Bim-bom 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 Wie war es? Ich habe ein Ticket! Ich habe ein Ticket! Heel cool! Ich habe ein bisschen bei der Handbuch. Hallo und willkommen bei Hallo an de Dener Op zoek naar een nieuw idool. En nu onze jury Emma Uit van Hollywood Carmen Nero FC de Kampioenen Jaap I Knederland Mir bebald uit Mir bebald uit Friesland En Mr. Perfect Uit Hollywood En onze presentatoren Emile En Adra Emma, wat vind jij dat de kandidaten moeten hebben? Ze moeten hun best doen En hun kleed moeten ook mooi zijn. Carmen Nero Waar moeten de kandidatoren op letten bij jou? De uitstraling En de emoties op het gezicht En jij ja? Nou ik vind dat ze veel inzet moeten tonen en dan ja hun best heel hard doen dat ze kunnen winnen. Mr. Perfect En jij? Ehm Ja, ik hou er tegenaan op alles met me. En wie je dat het beste is die wint. En nu onze kandidaten. Marco En dat is heel cool. Woehoe! 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 Emma, wat vond jij van Margie? Ja, ik vond ze heel goed. En dat is goed. Ja, voor de rest. Ik vond ze heel amazing. Woehoe! 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 Mr. Perfect, wat vond u van Margie? Woehoe! Ik vond ze ook amazing en ik vond ze heel goed. Dus van mij maakt ze ook zeker donauw. Woehoe! 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 Nero aan elkaar. Nero aan elkaar. Nero vindt die pakje heel mooi. Hij is er jaloers ook. En ik vind dat ze er goed stond. Dat was goed. Ja. Nou. Ik vond het goed. Ik vond het op de rand van vreselijk en nog vreselijker. Sorry. Ik vond het op de rand van vreselijk en nog vreselijk. Ik vond het op de rand van vreselijk en nog vreselijk. Ik vond het op de rand van vreselijk en nog vreselijk. Ik vond het op de rand van vreselijk. Ik vond het op de rand van vreselijk. Ik vond het op de rand van vreselijk. Het is zo'n outfit van vlaminerg. Oh, waar? Maar voor de rest kan ik het heel goed. Woehoe! En nu! Roemalde! Roemalde. Roemalde! Roemalde. Roemalde, voetballen, voetballen. Dan moet je zeker de sal hiernaast zijn. Bij Stugio Sport. Ik heb daar een klare. Maar wat? Ich habe schon gesagt, die outfit war sehr schön, aber ich konnte auch schon, die können wir ihn nicht durchladen. Sagen wir eine Ehe, die Stinger? Ja. Ich habe es bei Mama. Ich liebe es! Kate? Ja. Ich kann nicht. Ich kann nicht auf dem Kate. Und wir sind perfect. Hallo. Hey! Ich fand es echt sehr gut, aber es kann nur eine durchgehen, also weg. Nein, nein, ich habe die andere. Komm mal mal vorne. Emma? Ja? Das ist ihr. Ich habe hier eine sehr spannende Anflotte bei. Ich habe hier eine sehr spannende Anflotte bei Hollywood. Margot? Ja, ich win! Ich win! Ich win! Nein, nein, nein. Nein? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich habe hier eine sehr spannende Anflotte bei Hollywood. Alsjeblieft. Ja, ich habe hier eine sehr spannende Anflotte bei Hollywood. Ja! 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 Ja!